So, herzlich willkommen bei Haken und SirMayaOW. Ich weiß gar nicht mal wie ich hüpfe. Mit Lärm hast du? Ja. Ich zieh mal schon ran, ich hab mir extra schon das Fazio gesaved. Weil ich das gleich gesehen hab neben mir. Ja. Oh, Raft, ey. Das Spiel ist ja nun allseits bekannt, aber wir haben einfach mal Bock drauf gehabt, weil gerade wir zwei spielen ja gerne Survival-Spiele. Und wir haben auch lange nix zusammen gemacht. Wir spielen ja auch ohne Aufnahme, selbst vorher schon, bevor wir das gemacht haben, immer irgendwelchen Mist zusammen und selbst da sind wir die Beklebten. Ich muss jetzt erstmal gucken. Wo ist ein Hi eigentlich? Guck mal. Hi. Bist du irgendwo? Oh ja, da ist er. Na, komm. Aua. Der hat schon mal einen kleinen Happen von mir gekriegt. Oh. Warte nur, wenn wir in den reinbeißen. Warte mal ab. Ja, ja. Den werd ich essen. Ähm. So. Also hüpfen muss ich nachher mal gucken. Obwohl das brauche ich, gell. Gerade wenn ich mal reinfalle. So. Warte mal. Und ich werd wieder viel ins Wasser fallen. Das kann nicht alles. Aber um dazu zu sagen, wir kennen das 1.0 Update hier gar nicht. Ich hab auch nur grob mal reingeguckt. Ich hab auch nix mehr angeguckt. Ich hab auch nix mehr angeguckt. Ich hab anderes Zeug gezockt. Ich weiß, es gibt nen Händler. Ich weiß, die Storys komplett. Und da hört's schon auf. Wir lassen uns da jetzt überraschen. Oh, hier. Na, wir hatten ja damals gezockt bis zur Yacht. Und der Bohrinsel da irgendwie. Ja. Und dann... Ja. Dann war's das. Dann war's. Dann war's. Bin ich echt mit dir voll Idiot hier gelandet? Muss... Hättest du nicht ertrinken können? Meine Güte. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Nein! Oh, hier war der Heikle! Oh! Äh... Ich sollte doch nicht so frech sein. Ich bin nämlich so in die Zauberkiste. Oh, hier will ich. So, ich hab schonmal nen Bauhammer. Äh... Da waren doch immer die Superbaupläne drin, gell? Da waren schonmal Baupläne drin. Ich mach erst mal größer, ja. Ich hab da noch Steine drin, ist klar. Also dich selber, oder was? Ja. Ich bin jetzt im Stein. Das riech ein Büch! Ich bin auch ein Büch. Ich bin auch ein Büch. Das ist ein Büch, ey. Genau. Oh, da kommt schon der erste Insel. Da... Könnt' man mal... Fix drauf? Ja, so ein bisschen. Da könnte man fix drauf, schnell alles einsacken und weiter. Ja, das war's. Ich kann nix. Mein Pass. Ja, passt mal auf. Wenn wir hier ein bisschen gebaut haben. Und ich hab hier so ne kleine Ecke. Da hackt der einfach das Kultfursch. Ich treib hier mit so nem ganz klem viereckchen Ding ab. Und der geht mit seiner Luxus-Jacht dann irgendwo hin. Natürlich. Bis du komm. Hä? Ich will den Platz wendern für mich alleine, Josef. Kannst du auch wissen. Ohlalala. Du fährst eben bis wieder bei Nala, die? Ja, deine Mutter ja. Oder zum Saubermol. Saubermol. So, wie kann ich denn jetzt hier springen? Ohlalala. Ah, ne. Ich hab das da alles umgestellt. Ich spiel doch mal mit den Pfeiltasten. Schon mal üben für, ne, unser Lied hier. Ohlalala. Oder Pfeiltasten, Mann. Das gibt's nicht Ah, jetzt knie nieder vor dem Lutgott Äh, äh, vor allem, ich will deinen Haken werfen Äh, warte Oh hier, gib mir mal so leckeres Plastik hier Normalerweise bei der Verschmutzung der Meere Da brauchen wir doch nicht den Hai fangen, ausnehmen, der ist voller Plastik Eigentlich schon, ne? Das ist eigentlich schon so ne Art Cyborg, glaubt ihr mal Der Ekelhafte Ich würde schon mal sagen, ich baue schon mal einen Speer Bevor er dann ankommt nachher Ah, warte mal, kann ich einen Paddel bauen? Ich bring einfach mal rüber, schnell Ich geh mal schnell drauf, dann Du bist doch gleich tot Was, nee? Das ist der grömische Siehst du, wenn du schon drauf So, mal fix gucken, mal fix bruschen Ja Mal hier irgendwas mitnehmen Aber ein, was gut ist, hat wieder das Spiel Das Meer und Schiff Naja, Schiff Naja, das wird schon Oh, Ananas Aber das wird ja ein Schiff in dem Sinne Du hast ja dann hier Betrieben alles irgendwann Das kennen wir ja auch noch nicht, gell? Mit diesen Generatoren und was du Ja, irgendwie Motor oder so Äh, du solltest jetzt langsam mal Ähm Äh, warte Komm mal her, Jörg Ich will das mal mit dem Timing wieder ein bisschen hinkriegen Ich bin doch Feuerwehrmann Ähm 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 So, ich hab schon mal Blätter gesammelt, wenn wir kacken müssen Da können wir uns nen Arsch erpischen Ich wisch mir nur ein Arsch mit Ceva ab Also niemals Ja, kleb da Du scheiß am Arsch Oder leih mir mal dein T-Shirt Fickst's gleich wieder Kannst du gerne haben und dann musst du es nur im Meerwasser waschen Dann haben wir noch ein bisschen mehr Dreck im Wasser Ach ja Ach, das ist doch wieder was für uns Achtung Was bringt das jetzt? Ähm Ich hab keinen Bock mehr Ach, das ist so langweilig Ohohohoho Ohja Ich bin mal die Müll Wie denn das heißt? Äh, genau zwischendurch der O-B ist schon wieder ein Stein Richtiger Stein So, nice So Den Hammer bauen Was ist denn mit dem? Ähm Zack Dann war das so Und Zack, zack Ja, da kommen wir schon wieder rein Aber ich werde wieder das Angeln und Kochen soweit übernehmen, he? Äh Na, geangelt hatte ich eigentlich immer Aber Kannst du, kannst du umhauen, ist ja eigentlich egal wer das macht Ist ja ein Entspannungsspiel Extra für eine O-W habe ich es auf leicht gestellt Kann man doch nicht rumweilen Ne, du wolltest leicht Ich spiel von mir jetzt auch gern auf schwer Ja Ja Das geht doch schon drauf Ja, Marco, hier ist so ja, richtig so So müsstest du denn hier Kornheizeladen Das wäre auch gewesen, pass auf Willkommen bei Raft Ein schönes spannendes Spiel Ich fang mal an Wir müssen das Blatt hier sammeln Wir müssen das Blatt hier sammeln Wir müssen das Blatt hier sammeln Oh Oh, hier Ich wollte schon sagen Zauberfass vom Zaubermull Zauberfass vom Zaubergras Was? Was? So, Moment Ich sortier mal kurz Seil Blöde Rübe Oh ja Er braucht alles viel Das ist halt Ich muss erst mal wieder in das Ziel reinkommen Das Gefühl kriegt wohl schon irgendwann wieder Oh, die Musik Bei mir läuft grad keine Ich hab bei mir ja eingestellt, dass die häufiger läuft Oh, warte mal Ich muss dann halt mal gucken nach der ersten Aufnahme Pause zwischen Musiktiteln hab ich kurz Genau Ja, das bin ich Ist bei mir auch Bei mir läuft gut Ja gut, dauerhaft Musik will ich jetzt auch nicht Aber kurz ist schon ok Wir haben später sowieso Komm noch Pause mit der Musik Wir treiben schon wieder auf die Insel zu Ja, bester Mann Soll ich wieder drauf rein? Nochmal Achtung Oh, ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich Plastikhaken Ich stell mir schon mal ihn her, damit ich wieder ihn hab dann Ohlalala Stell dir lieber auch ihn her, bevor du danach keinen mehr hast Ich hab schon vier Metallschott, das ist doch gut Hm, ich hab auch fünf Nice Wir wollen wieder looten Wir machen da eh wieder tausend große Kisten dann Ja, natürlich Hä, wir wollen alles haben Wir sammeln einfach das ganze Meer leer Irgendwann gibt's hier nix mehr Wir retten jetzt die Ozeane Wir retten jetzt die Ozeane Und das obwohl uns der Hai hier angreift Also Könnte ruhig mal ein bisschen dankbarer sein, wisst du Eigentlich würde ich das alles nur sammeln und dann auf den Hai schütten Boah Ich probier's mal Nein Achso, du willst ihn ja abhärmen Ja, ich will auch Das Timing so ein bisschen Jo Ja, das übernimmst du wieder mit dem Nein Und Bananas Das glaub ich Melone Melone, Melone Darf ich schon mal Melonensamen? Nice Okay, ich komm'n weg Warte, warte So, wo ist man grad? Scheiße, jetzt ist grad Nacht Jetzt seh ich den nicht wirklich Ach, da kommt er Okay Und Jawoll Oh ja, bester Mann Und Nice Perfekt Zurück an Bord So, äh, warte Hier, dann Das brauchen wir mal ein bisschen was Hier, da kannst du die zwei klein mal essen Ich hab noch ne Ananas Mhm Hast du ein bisschen Wasser klein Geben das nochmal Achso, warte Ah Und jetzt Winkelmaus Hast du auf jeden Fall erstmal wieder genug Wasser Hast du auf jeden Fall erstmal wieder genug Wasser So, ich baue schon mal So, los haben wir ja jetzt schon eine gute Größe sag ich mal Hä? Wo ist denn hier ein... Ach hier Einfachereiniger mach ich mal Mhm, fürs Wasser genau So, den machen wir mal so mittig Falls der Hei jetzt hier... Kann man ja alles umswitchen, ne? Das ging doch Äh, weiß ich gar nicht, ich glaube Probier das mal, ja Warte Danke Das ging aber mal Warte Eine Zeit lang nicht Okay Du kannst komplett wieder aufnehmen solche Sachen Alles gut Das ist gut Oh, so Mein... Haken ist kaputt Dann nehmen wir den nächsten Du kommst her Dann machen wir hier gleich Da kommt wieder ein Fass Das hol ich mir gleich her Ja Frau, ich möchte mal noch zwei Seile Äh, warte, warte, warte Die Fässer will ich gerne noch mitnehmen Dann kriegste Ja, ich auch Sieht gut aus Ja Äh, so Warte, ich stell mal ein paar Seile her Seile müsste ich genug haben Ach stimmt, die kann man ja herstellen Aus den Falmenblättern Also ich hab Seile jetzt zwölf Stück gerade Als zwei Ballenblättern macht der ein Seil Das ist ein absoluter Gott Hm Wir sind ja auch nicht bei Seven Days Wo der fünf Milliarden Sachen braucht Um irgendwas herzustellen So, falls auch jetzt Machen wir den Was haben Sie hier erst mal hin Das ist ja alles erstmal provisorisch Holz Gut, ich hab auch neun Seile Da sind wir erstmal safe Dann machst du uns mal ne Rübe Hihii Wir warten das mit dem Wasser noch Oh Uah Uah Verdammt Verdammt Dann greif ich dich halt nochmal an Zack Ich hab den grad schön angegriffen noch Guck mal, ich brauch den blöden Becher Aua, mir brennt noch Fuß Was? Neee Ich war einfach nur grad auf dem Grill drauf Deswegen Okay Mit Salzwasser Und dann Ja, wir sind zurück Wir haben echt lange Was haben wir zusammen gespielt? Na Forest Forest, ja Äh Das haben wir dann abgebrochen Hatte ja mehrere Gründe Einmal hing wir ja eh so bisschen fest Haben den Überblick über die Höhlen verloren Des Weiteren war es doof, dass unsere Mitspielerin dann aus privaten Gründen ausgetreten ist Und das ist doof Er hat zu dritt Das hat so gefeiert Und dann äh Na haben wir gedacht Komm lass Kommt ja eh bald sonst Auf the Forest Und da steigen wir sowieso ein Das ist doch wohl klar Hehehe Da sowieso Und hier Raubladen alt Gut, das findste immer Ja, mit diesem Oh, warte Kiste, Kiste, Kiste Äh Doppel Deißler Äh Äh Ja, da war gut Zeug drin Auf jeden Fall Eine Rübe Die kann ich nicht Achso Warte, ist noch eine Kartoffel drauf Hä? Achso Kannste dann essen Ja, gib mir mal den Klops hier ran Bauplan Empfänger Ja, ist noch Die braucht der Kommt alles später Erstmal ist Survival angesagt Survival Oh, jetzt kommt der Wind Hm, stimmt Ah, die hätten ruhig noch noch krassere Dellen machen können Ah, es gibt ja Ah, ein was weiß ich noch, Marco Es gibt ja ein neues Biom Da müssen wir mal gucken Schneebium Boah, jetzt gehts los Äh Ach hier Kleine Tasse Hier Na Ich hab mal neues Wasser eingefüllt Ähm Du kannst deine Rübe drauflegen Und dann essen Kraft 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 und Trink Kraft, Kraft, Kraft Kraft, Kraft Oh, ist das laut mit den Wellen Hm, die Wellen sind richtig laut Dass das Feuer nicht ausgeht davon Haha Der ist mal wieder bissl lauter Hm, ich glaube bei mir gehts noch Komm her, friss mal hier das ganze Plastik Dann sind wir ruhig los Verstehst du? Ah, bei den Wellen kann man das mit dem Wurf echt schlecht dann einschätzen Na Ja Ok Was hab ich Insel voraus Vielleicht haben wir wieder Glück Hm Vielleicht wieder ein bisschen Melonen oder sowas Äh Deine Rübe ist durch Ja Und Wasser ist auch fertig Kann ich Alles essen Stopps rein Essen Schön Schnell schlingen Haha Lecker 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 Den Hai esse ich auch Die Insel da vorne auch Das Fluss esse ich Alles essen Und zum Schluss esse ich auch mein Bruder, ja Ja Aua Aua Aufwandlich springe man den rein Hahaha Das solltest du nicht machen, weil dann kann ich dich nicht mehr essen Na dann musst du den Hai essen, dann isst du mich nämlich zusammen mit dem Hai dann sozusagen Wenn der Hai mich ist, dann isst du den Hai und mich dann zusätzlich eigentlich auch Hahaha Scheiße Scheiße Hahaha Wenn ich dann noch am Leben bin, kann ich nicht dann von inner auf essen Ja Ja und dann äh Mann Keine Ahnung So Oh Mann Hahaha Okay, ich baue dich mal an, ne? Die Insel sind ziemlich weit weg Das ist ein bisschen risky dahin zu schwimmen Ein bisschen zu weit für mich Ah, du hast doch schon wieder Bock Oh, ich angel mal ein bisschen, gell? Jo Ich sammle weiter Zeug Ich muss noch mal das Essen schneller hochkicken Ähhhh Zack Da rannt ihr an mir vorbei und auf einmal ist das losgrößer Reste Hahaha So sah das jetzt aus Hahaha Ich bin Bob der Baumeister alter Ich wollt grad sagen, warum hab ich einen lackierten Fingernägel? Ich spiel ja die süße Maya Ah ja Gib mir das Holz Das gibt's nicht Dann gib mir hier wenigstens das Plaster Hä? So ein Färber rein? Ne Das hier, oh Gott Er ist zu groß, ja ja Ach du hast wieder so'n Welz oder so, hä? Ähm Oh, bunt Barsch Ich glaub der geht nicht drauf Warte so Mach dir mal einen Fisch Da kommt drauf an, wenn du den in zwei Händen hältst Dann geh doch nicht drauf So, kriegst jetzt einen Einen Fisch Ich höch Ne Alle kriegen einen Fisch Kennst du's doch? Hahaha Bester Mann Scheiß Katzen da Ja Das war doch Zeit, natürlich Jawoll Das ist lästig Das Meer ist wieder ruhiger geworden Alter Wie der Der Fisch liegt da drauf Ist tot Wird gebraten Aber er freut sich Der lacht immer noch, auch wenn er gebraten ist Naja So muss das Auf Du Jörg Jörg Heiß man mir trotzdem, Jörg Was bin ich denn mit dem? Wer noch Holz essen will, er schwimmt genug rum Was ist denn? Was ist denn das? Ich verstehe das auch nicht Da ist doch durch, der Junge Ja Kann ich dir nicht mit dem Hammer so Ja eigentlich schon, ne Das ist verdammter Holz, aber Das tut genauso weh So Dein Fisch Iss mal deinen Fisch mit wieder Viel zu gesund Warte, der hält den doch so komisch, oder? Warte Ja, ja Das ist eklig Das klingt, als ob wir grad kacken sind, ey Das ist doch schon wieder Verhinderungsmeister Ich will, es ist egal Ich bin doch Helmut Ich mache in die Kamera und beim Zocken was ich will Ich will mich gar nicht benehmen Schön, schnell, schnell Oh hier Delfin Hä? Wir haben grad Delfine gehüpft Hier sind sie hier unten Pass auf Hier Und ist doch neu, oder? Ja Schwimm sie weg Ne, sie kommen zurück Pass auf jetzt Macht nochmal Hallo 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 Ich sollte mal den Fluss hinterher schwimmen Kann man doch was machen mit denen? Ich schwimmen Deswegen schwimme ich grad so ein bisschen hinterher, aber Passiert nix Oder habt ihr ihn hier auch vor dem Hai beschützen, wenn die eine Weile da sind? Ne, der Hai, der Hai kam grad auf mich zu hier, der Hai gräft mich wieder an Ich glaube die machen gegen den Hai nix Ich guck grad, aber Ne Die wollte Ne Ne Cool Das ist nur gedacht ich Ja, aber irgendwas werden die bestimmt machen Ja, ich angel mal weiter Was wir erst mal essen haben So Ähm Forschungstisch Brauchen wir den gleich mal hin Mhm So, dann forschen wir gleich mal ein bisschen Nein Haben wir auch eine gekochte Kartoffel erforschen Ich kann mal gucken ob ich eine Rübe erforschen kann Ne, leider nicht Warum kann ich die nicht erforschen? Ich baue schon mal eine Kiste Ganz kleine Biss Ähm Ein Blut Stell ich mal Ich soll schon Oh nice Okay, jetzt haben wir schon mal ein bisschen was Stell dir mal hier daneben Da tun wir so die Baupläne und alles Nein Bauplan hier den Fisch kann man nicht machen Ja alles was ich jetzt nicht so stackt oder was wir jetzt nicht so direkt brauchen Ja gut Eisen hat man ja immer wieder mal Aber ich packe mal die Melonsamen hier rein Oh ne mit der blöden Möwe hier Die nervt auch Du bist nur mit der Möwe und mit dem Eidern beschäftigt oder? Äh es geht eigentlich Ich mach mal wasser Na man kommt wieder rein Da ist auch wieder eine Insel aber die ist oben ein bisschen zu weit weg Ich glaube das reicht nicht Warte mal komm ich da noch bis hin Ja sieht gut aus Kann ich denn das nochmal auskippen? Äh ich glaube rechte Maustaste Rechte Maustaste Ah Ah Da war was drin, das hat man gar nicht gesehen Okay Ähm Da Ja ich hör euch Okay, wie du siehst Oh, da ist ein Floß Auf der rechten Seite Ziemlich weit weg Aber Ich guck mal ob ich vielleicht ein Paddel machen kann Dass wir da hinkommen Ich wollt grad sagen Was ist denn da mal zu zweit paddelt? Geht das schneller? Da muss man mal probieren Du kannst mal probieren Paddel Äh Paddel Hier Ah da springt der Delfine ich sehs grad Ich hab eins Hm Ja mach immer Ich fisch erstmal weiter Ich guck nur dass ich nebenbei auch was einsammel Das müsste gehen Ich glaub wir steuern Ja wir steuern genau drauf zu Wie lange wollen wir die Folgen so machen? Ähm Ich würde schon fast sagen Kleen ist bisschen länger Weil das Spiel wird sich glaub ich ein bisschen ziehen Hab ich das Gefühl So 30 bis 40 Minuten so in der Dreh immer Mh Mh Ok Ok Sieht gut aus Du hörst schon jetzt in ne blöde Möwe Ja die fliegt grad über uns Ach hier oben Ein ganzer Möwensturm Oh Leute Ein paar Enten oder irgendwas Wern da Zwei Möwen Ey Ich hasse euch jetzt schon bis lesig So ich geh mal fix drauf Äh Mein Gott Ich hab ne Kiste Einmal Glas gefunden Sehr gut Das kann ich gleich einscannen Sozusagen Einscannen Ja ich bin Terminator Da kommt Jok Weg mit dir Weg mit dir Und Nice Ok Äh Glas Essen Ja Jetzt haben wir schon mal den hier Fortschrittlichen Reiniger Jetzt brauchen wir nur noch Glas Dann könnten wir den schon bauen Das wird uns ne Menge Holz sparen Auf Dauer Oh Ey guck mal Ich hab nen leckeren gebratenen Fisch Aber ich find den eklig Ja ich seh das schön Ekelhaft ey Mach den weg Na ich mach den weg Essen Weil ich ihn so eklig finde Hehehe 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 Ok Ne Ja nice Zack Hier den großen Fisch kannst du dann essen Ja hunger geht Hunger und Durst geht bei mir grad tatsächlich schon besser ne Ich würde tatsächlich schon mal Wir sind ja jetzt eh grad in der Nähe von dem Zeug Was Das ist schon oder ja Das ist schon oder ja Das ist schon oder ja Genau Angeln ihn einfach Komm schon wieder der Sturm ey Sturmy Sturmy Sturm 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 Ich baue mal Da brauchen wir nur Wasser dafür Kann ich da Melone anbauen Ja Ok Mal gucken was Ich hab jetzt einfach mal die Rübe mit angepflanzt Ok 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 Wollen wir nur noch Wasser fürs Beet Nehm ich den Klemmer Oh, kann ich mal ja Oh yes He So Achso, warte mal. Hä? Nein! Verdammt. Ich brauche mal einen neuen Holzspeer. Ich habe auch langsam mal was gebaut, nämlich zwei kleine Planken. Okay. Ich wollte hier das Ding herstellen und eins geben. Plastik ist zur Zeit erstmal so eng. Plastik habe ich gerade 13. So, jetzt haben wir noch ein paar Sachen gelernt. Komm her, du leckerer Müll. Oh, leckerer Holz. Seitenbacher Holz. Ja. Nein! Alter, war das gerade episch. Du bist aufs Los gestorben und du fließt nur den Eitel. Super? Tja, ich bin einfach nur der Epigste. Mein Name ist Epikton. Lass mich mal der Episch auf den A5, Junge. Richtig. Warte mal, ich muss mal kurz ins Wasser. Mein Dings war irgendwie buggy. Schön wieder. Du kleines Sack gerade, ey. Mein Haken war gerade irgendwie buggy. Ich konnte den nicht werfen. Ich kann mich auch nicht essen. Achso, ja, oder? Ja, die Betten müssten wir auch mal bauen, gell, dann. Und, und, zack. Und, zack. Was ich eigentlich gerne bauen würde, kann ich das schon bauen, warte mal. Das Segel hier. Noch ein paar Planken und Palmenblätter brauche ich. Dass wir besser steuern können. Planken und Palmenblätter habe ich, wenn du brauchst, noch ein bisschen. Ja, nehme ich mal. Warte mal. Okay, Planken, Palmenblätter. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich guck mal. Ja, reicht. Sehr gut. Ähm, dann. Warum, wie ging das? Achso, zack. Ich, gehen wir mal in Richtung der Insel da. War mal. ich glaube ich nehme lieber die fässer dort mit als die insel die insel sieht mir zu groß aus irgendwie zu viel gesprünge ja bei mir auch so ganz plötzlich er kann seine finger einfach nicht von den spielen weglassen ist nicht bei dem er wurde geboren und sofort gab es das nämlich ein käfer und was macht man mit käfer definitiv okay ich brauche schon mal einen wurf anger damit wir nachher dann vielleicht mal auf einer insel zusammen können ich hebe mal noch auf ich pack mal noch nicht irgendwo dran warte mal das will ich jetzt mal kurz wissen Mario ich zeige auf dich siehst du das du bist schuld du 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 auch gut und die Welt was in der Empower die Hügel ich war über die Hügel ich war er wie die Gagel er hat die Wiel Euro Wollen wir an der Insel kurz bleiben? Nein. Geh weg. Jeder kriegt in seinem Bereich. Jeder kriegt ein Ereignis los. Ich will nicht deine Kacke. Doch, die kriegt's aber. Gehst du was? Komm, wir bleiben mal kurz an der Insel. Wir hätten ruhig noch ein bisschen näher anfahren können. Ach, geht schon. Oh, jetzt rücken uns. Vielleicht finde ich hier schon so ein bisschen Sand und sowas. Wie hübsch ich noch mal. Das bin ich nicht. Du hast das ja bei dir umgestellt. Diese Blume will ich jetzt erstmal nicht mitnehmen. Aber ja, Melone nehme ich mit. Blume. Eine Blume. Blume. Von der Inke und Herbort. Das ist alles hier oben. Hier oben ist sogar ne Kiste. Nice. Hab ne Kiste gewonnen. Alter, mit Bolzen, Glas, Schrott, Blanke. Nice. Okay, hat sich definitiv schon gelohnt. Ich vermute mal, dass es hier Fall Damage gibt. Ich will hier ungern runterspringen. Das ist ja blöde Insel. Ich ess gleich mal die Melonen. Jetzt ist mein Wasser wieder voll. Insel ist doch Müll. Dann gehst du ein bisschen sammeln und ich lenke ein Hai ab. Also hier im Untergrund sammeln, wegen mir Sand und sowas. Dann lenke ich den ein bisschen ab. Komm mein Freund, wir spielen ein bisschen. Schön zu mir. So ist richtig. Immer schön bei mir bleiben. Nimm alles mit. Ja. Ne, ne, ne. Achtung, der kommt zu dir. Warum auch immer. Ich versuche mal ein bisschen wegzulocken von dir. So mein Freund, hier. Ich bin hier. Genau. Komm schön zu mir. Ouch. Da hat er mich getroffen. Verdammt. Aber der hat schon ein paar ordentliche Schrammen. Also, der wird es nicht mehr lange machen, denke ich. Das wäre gut. Dann kann ich ja alles abformen. Steine. Ich will keine Steine. Ich sammle mich ja die ganze Zeit selber. Steine. Ne, Steine. Zugbuch. Was ist denn? Ausglaubst du auch schon? Ähm. Okay. Äh, da kommen sie doch zu dir. Warum auch immer. Oha. Was ist denn das für ein Aladin? Warte. Ich schwimm dem mal ein bisschen entgegen. Haha, das sieht aus. Er ist tot. Er ist tot. Oh ja. Ja. Wir fressen dich. Hallo Fleisch. So, jetzt kommen wir in Ruhe sammeln. Hier. Hier ist jetzt gar kein Eisen erstmal oder so. Ist viel Stein und ein bisschen Sand. Na Sand ist gut. Sand ist definitiv schon mal gut. Oh ja. Ich nehme das Schleim hier auch schon mit. Ist egal. Stimmt, das brauchen wir ja dann später auch. Oder eine Muschel hatte ich. Ich weiß komm schon, wofür man die nochmal gebraucht hat. Will ich gerade auch nicht. Ich suche mal die Insel noch kurz ein bisschen ab. Aber es sieht nicht so aus, als ob es hier irgendwie Kupfer oder sowas gibt an der Insel. Ja. Na weiter so. Ist nicht viel. Hm. Nö. Warte. Da ist noch irgendwas. Stein. Da ist nochmal Schrott. Stein. 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 Fangen. Hier. 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 Ich hab was. Was ist? Ton. Nein nehme ich mit. Ton. Ich hab einen Echt-Ton gefunden. Echt-Ton. Was ist das überhaupt blatt? Alter. Das ist so flach ey. Junge, ist das schlimm. Ah hier geht es weiter. Hier ist Sand. Hier ist eine Höhle, oder? Warte mal. Was ist denn das hier? Stein, oder? Metall! Oh nein, ich kann es nicht mitnehmen, verdammt. Inventar voll. Nein. Ich habe dich gefunden. Echt Ton. Ja, ich ziehe mir jetzt einfach mal den Haikopf an. Ich habe noch ein bisschen Platz. Ich habe nicht Metall gefunden. Macht der irgendwas, der Haikopf? Ja, du hast halt so eine komische Sicht, sage ich mal. Also Müll, gut. Stein nehme ich jetzt nicht mit. Kleine nehme ich nochmal mit. Der Haie müsste bald wieder auftauchen und aufpassen. Hier ist nochmal Tore. Als der so schnell wiederkommt, ist schon ein bisschen nervig. Egal, reicht. Von der Zeit her. Bedeutung, das habe ich schon gefunden. Jetzt sehe ich noch nicht. Was ist denn das? Metall? Ich glaube, ich habe auch nochmal Ton. Metall hat es eh mal. Ich habe auch nochmal Ton. Es ist ja nur eine von tausend Millionen Inseln. Alles gut. Nochmal Sand. Sehr schön. Da macht mir eine Geräusche. Wasser unter Lunge, der übertreibt der hier, der Junge. Was ist denn mit dem? Wasser unter Lunge, der übertreibt der Junge. Mario macht sogar noch Reime. So, kommst du zurück aufs Floß? Der Hai ist nämlich da. Ich komme zurück aufs Floß. Ich schlenke ihn mal wieder ein bisschen ab. Ich habe jetzt auch einen Hai Kopf. Siehste mal, nicht nur du. Ich bin jetzt auch mutig akkurat. Komisch, an Land ist hier im Steingelumpe. Es kommt auf das Zeichen, aber der schmeißt es einfach nur hin. Du kannst es gar nicht mitnehmen. Diese scheiß Mühe hat unsere Melone gefressen in der Zeit. Das war so klar. Egal. Oh, geh weg. Ich hoffe noch eh mal Melonen-Samen. Und Ananas-Samen. Au. Pflanzt sich auch noch an. Ich komme natürlich wieder unter das Floß. Es ist so typisch. Ah, Hai. Oh, hier ist ja auch ein Hai. Überall Hai. Das kommt ja mit seinem Kaka-Finger und jetzt will er mich schon beißen. Was ist denn mit dem Junge? Oh, ich habe schon ein Rezept einfach aus Smoothie. Das ist zum Beispiel auch neu. Smoothie hatten wir noch nicht. Ich möchte ein Smoothie, bitte. Okay. Wir brauchen unbedingt mehr Platz. Ja. Zeig mal. Aber warte mal. Jetzt kann ich doch wieder ein bisschen was einscannen. Ja. Ja. Ich baue mal noch eine kleine Ruhe. Solzen. Oh. Sehr schön. Oh. Ne, da reicht doch nicht. Scheiße, hab ich den Sand gar nicht mitgenommen oder was? Oh, nein. Das geht doch schon mal los. Brauchst du eigentlich was zu essen? Ich habe hier noch eine Ananas. Ähm, gerne. So, ich entferne mal ein Anker. Ich habe mal ein Anker weggemacht, dass wir mal weiter treiben. Ähm, warte mal, kann ich jetzt schon? Ne, noch nicht. Scheiße. Ich bin bei 41 Minuten schon, krass. Ach so, ja, stimmt. Wir sollten mal Folge wenden, ne? Würde ich sagen. Ja. Ja, dann. Dankeschön fürs Zuschauen bei dieser ersten wunderbaren Folge. Nöööö. Und bis zur nächsten Folge. Geh weg. Tschüss. Bööö. Geh weg. Oh, man.